81. Minute, nicht viel zu sehen von Steven Gerrard, dann Freistoß und dann dieser eine geniale Moment. So machen das die ganz Großen. 81. Minute, nicht viel zu sehen von Steven Gerrard, dann Freistoß und dann dieser eine geniale Moment. So machen das die ganz Großen. noch 81 minuten nicht viel zu sehen von 7 gerard dann freistoß und dann dieser eine geniale moment so machen dass die ganz großen noch 81 minuten nicht viel zu sehen von 7 gerard dann freistoß und dann dieser eine geniale moment so machen dass die ganz grossen noch 81 minuten nicht viel zu sehen von 7 gerard dann freistoß und dann dieser eine geniale moment so machen dass die ganz großen noch 81 minuten nicht viel zu sehen von 7 gerard dann allein wora und dann dieser eine geniale moment so machen dass die ganz großen noch 81 minute nicht viel zu sehen von 7 gerard dann freistoß und dann dieser eine geniale moment so machen dass sie ganz großen noch 81 minuten nicht viel zu sehen von 7 gerard dann freistoß und dann dieser eine geniale moment so machen dass die ganz großen noch 81 minuten nicht viel zu sehen von 7 gerard dann freistoß und dann dieser eine geniale moment so machen dass die ganz großen noch 81 minuten nicht viel zu sehen von 7 gerard dann freistoß und dann diese eine geniale moment so machen dass die ganz großen Noch